Hallo Freunde, was geht? Willkommen zu diesem Video. Bevor das Video beginnt, noch eine ganz kurze Anmerkung. Dies ist das längste Video, an dem ich je gesessen habe zum Aufnehmen und zu meditieren. Und zum anderen war es einfach mega schwer. Und das wusste ich nicht. Bitte ladet euch nie diesen Mod runter, bzw. diese Map. Hi Freunde, was geht? Und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video spielen wir Mario Odyssey. Aber heute ist es nicht fair oder ist okay. Dafür gibt es diese Woche zwei Mario Odyssey Videos. Okay, we are dead legs. Okay, jetzt geht's wieder. Aber nicht, ich darf hier diese Woche zwei Mario Odyssey Videos. Das ist schwierig, Digga. Da ist... Irgendwann ist es mit der Map falsch gelaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier sehe ich mich nun, wie ich gerade versuche, diese eine Datei, die da fehlt, zu finden. Und das ich nicht gecheckt habe ist, ich habe die falsche Person runtergeladen. Das heißt, ich habe da die Dateien runtergeladen, weil ich ziemlich schnell war, und habe die dann reingepackt. Und dann hat es funktioniert. Und nun viel Spaß beim weiter anschauen. Ähm... Wie mir gerade auffällt, habe ich die Fesknecht verschoben. Darunter warst du so ein Fuß, und dir hat halt angezeigt, wie viele Erschwünge du noch übelst. Und wenn du dann an das Limit kamst, dann hat das so halt irgendeinen Mond oder so nicht. Das habe ich leider auch bis jetzt mal mit den Tieren gecheckt. Okay, ich versuche mal die Challenge. Okay. Ja, das ist nicht so schlecht. Ehm,exploda, wo ich... Stitch meine Hebben gekriegen hätteर onboardungseise. Du verbreidest. Ich glaube, 엇 in die Möglichkeit. Bredest anvielfragmen. Ah, gräuter. Sieh, du willst zu sterben. Ja. Er hat keinen Aufbruch. Ich sehe schon, das wird gelangen. Nein. Ich bin hier in der Hände. Hier sind sie, hier sind sie, hier sind sie. Scheiße, ich musste da hin. Guck mal da. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Schau, ich dachte da. Woah! Ich muss doch den ersten Mal wieder erkennen, das ist die FLIP-Swap-Galaxy Ausmeregalexie! Woah! Ich muss doch mal wieder sehen, wie wir das hier sehen, die Clip-Club Garanzi sind. Aber die Clip-Club-Galaxy! Das ist die Flipswap-Galaxy. Und wie wir das hier schon gesehen haben, ist die Clip-Club-Galaxy. Hier habe ich auch circa 20 Minuten lang gesessen und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, den Monter einfach nicht zu holen, denn ich kam einfach nicht da nach hinten. Irgendwann bonkte ich einfach nur noch und es war die reinste Hölle. Mach's nicht nach. Ich habe jetzt versucht man zuerst die Galex einfach so und kann dann alles später zurück. Ich dachte mir so, yo Mario Galaxy, cooles Spiel und eine sehr coole Ebene umgebracht. Dann schauen wir uns doch mal das Film von dieser Galex an. Ich bin gespannt, Digga. Das ist ja das Schwierigste was es gibt. Ich bin gespannt, wie ich hier bin. Das wir schon mal wieder, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist das überhaupt möglich? Ich bin gespannt, wie die Munis entstellt worden ist. Ich will jetzt nicht mehr. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier ist. Das ist Unifir! Das ist Unifir! Bei einem anderen Bremsen! Man hat halt nicht mal Käppi! Wie willst du das ohne Käppi schaffen? Wipi! Erklär es mir bitte! Es wäre geil, wenn ich mir das erklären könnte! Das ist Unifir! Das ist Unifir! Das! Das ist Unifir! Die USAs zurück! Das ist eine Expertin Anpassung! Das war's für heute. Das ist einfach ein schlechtes Map. Ich habe schon viele Maps auf YouTube und Co gesehen und das überdrückt einfach alles. Und es schaut euch mal an, die kommen nur um dich zu verhindern. Das sind keine Drool. Das sind Todesmaschinen. Ich habe jetzt ein neues Mond vorgelegt. Und ich habe den Mond da ganz hinten zum Schuss. Und die ganze Scheisse hier. Oh mein Gott, dieser Knochen drücken. Oh mein Gott, dieser Knochen drücken. Das... Ich war auf seinem Kopf. Wie hat er mich getroffen? Das war sein Kopf. Sein Kopf. Ich war auf seinem Kopf. Das ist schlechtes Gamedesign. Gamedesign. Ah. Du bist nicht frei auf dem Mond. Bei allem ist es nicht so einfach. Vergiss. Keine Ahnung. Im Mond. 3D World Champions League. Das ist es sonst noch nicht sicher. Das hier ist zehnmal schwer. Das ist schwierig. Das kann auf diesem Moment sein. Ich könnte auch kotzen. Mit der Map-Entwickler. Wie ist der Mutter-Entwickler dieses Texts? Ist... Fruity Loops. Fruity Loops. Deine Map. Ist unglaublich scheiße. Sagen wir so. Die Map an sich selbst. Ist nice. Nur die Level aufbau ist halt. Ja. Scheiße. Das Rezept an sich selber. Mega geil. Das Level an sich. Mega geil geil. Die Umsetzung. Mega geil. Das Game-Gefühl. Unwohl. Schlimm. Wahrscheinlich triffst du mich nicht. Ich bin 15.000 Ballen von die M4 und du triffst mich. Möhm. Das Ding ist ja, Du kannst hier keine save state noch. Du kannst hier keine save state noch. Du kannst hier keine save states. Du kannst hier nicht. Ich muss das ganze Level immer und immer wieder spielen, nur immer an der gleichen schlechten Stelle wieder zerstören. Und es ist der Anfang des Jahres. Oder der Welt, genau. Ach du weißt was, ich geh jetzt einfach da durch. Scheiß drauf auf den Monde. Ich komme mir einfach später nochmal mit einer anderen Monde dazu und dann zeige ich euch wie die Monde heisst. Ganz ehrlich, ich hab keinen Glück mehr. Die ganzen Monde. Zusammen. Ich zeige euch einfach an einem gewissen Monde heisst. Wie hab ich das verliebt? Voll am Schaden? Was bist du? Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ja noch gemacht. Ich sag das. Was ist das? Oh mein Gott. 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 Mario, mach, 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 mach! Lande hier, lande hier, lande hier! Und jetzt geh auf! Geh hier hin! Mach so! Mach so! Mach so! Hier darfst du halt nicht stoppen, sonst hast du einfach geklappt! Ja, mein Tanz noch! Was wollen denn, Digga? Alter, wie... Tüter! Was habt ihr für eine Range? Explodiert ihr irgendwie erst zu wenig über Marge seid, oder was? Aber also Noto, habt ihr das gesehen? Die sind ja... Die sind ja... ...länger... Der hat die doch Save modifiziert. ...länger... Das ist ungerecht! Das ist ungerecht! Das ist ungerecht! Das ist ungerecht! Abwechslung Denk, bevor du springst! Viel Hager! Ein fetter Hager! So, und wir sind dann gleich wieder. Ich hole jetzt nur kurz die Morden dann. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Bitte sag mir das doch. Okay, ne, ja, wir sehen uns nach dem Cut wieder. So, da bin ich wieder. Es hat... Es hat sehr lange gedauert. Aber nein. Es kommt, ich hab das weiss. So, ich zeige dir jetzt einfach alle Munde und dann... Das ist gut. Oh shit. Das war nicht gut. Mario... Wo ist hier mehr? Du hast es. Das ist alles was gemacht so, das ist alles... Das ist alles... Das ist alles alles. Das ist alles, was dir das... Das ist alles die, was dir das ist... So, danach da hinten müssen wir. Das wird gehalten, wenn wir es noch landen. Aber dann sieht es aus, er tun wir darauf ein. Perfekt. Schwere Klappstringen. Was du nicht sagst. Und wohin bringst du aus? Oh, die Station. Interessant. Wie war sie jetzt da hinten? Hier hinten ist nix, nur ein Hase. Und den mit Super-Speed zu tun ist er dann nicht. Easy-sign, die Ball runter. Dank, dass du doch hier bist. Versteckspiel des Hasens. Sollte nicht zu schwer sein mit dir. Sollte nicht zu schwer sein mit dir. Und dem es nicht passt, dass ich cheat hätte. Und dem es nicht passt, dass ich cheat hätte. Ich meine, die Aufnahme geht jetzt schon irgendwie eine Stunde. Hey du da. Ich würde dich nur kurz daran erinnern, dass ein Abonnement und ein Like dem Channel dir helfen würde. Es würde mich auch freuen, wenn du in dem Discord unten in der Videobeschreibung joinen wärst. Das auch schon alles sollte sein, Leute. Nur viel Spaß mit dem weiteren Video. Ciao. Und so, keine Ahnung. Und so, keine Ahnung. 70% ging nur dann auf aus. Also ich versuchte die Mott. Nämlich die Mott. Aber hier. Schatze. Hier. Ja. Alles zu bekommen. Bis ich mich beinahe dazu entschieden werde, das nicht zu tun. Ich werde vielleicht vielleicht was. Ich werde vielleicht vielleicht was. Ich lege sie nicht. Kann mir auch geil. Oh mein Gott, wenn es geil ist, landen wir jetzt sogar auf mit dem Ding. Okay, wir sind tot aber. Wir haben den Monster. Wir haben den Mond. Wir müssen nur noch zum Mond. Und das ist gut. Da hinten. Seht ihr ihn? Hmm. Wir sind sehr. Über den Peralenbrill. Kann man das sagen? Über den Wolken. Der. 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 in die Räden. Geh einfach in die Räden. Mehr musst du nicht tun. Aber jetzt kommt das. Aber ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik kann man nicht sagen. Ich liebe die Musik. Das ist einfach von von Anfang an. Jetzt bin ich wieder von da hinten. Oh, danke. Danke, Modesteller. Stimmt das. Große Packman ist das. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Lass uns das die Musik an. Und dann zu den G strengthenen. Scheiße, aber ... ... ... ... ... Ich bin der Fall von mir. Wenn ich den Falle nicht schaffe, dann kann ich das nicht schaffe. Ich bin der Falle nicht. Ich bin der Falle nicht. Mario Odyssey Mario Galaxy war das erste Game von Nintendo Nee, das ist ein Mario Game, genau DAS Orchester musikerte Und dass ich das Rote dafür schon besuche Wow Das erste Game Genau Witzwann ist bei Nemo Suizid Und da eine Bombe bin ich nicht mehr zu griechen und wir haben nicht mehr zu griechen EG-T Ok, klar, jetzt spielen wir einen Titel, aber trotzdem Witzwann 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 Und jetzt kommt es nicht mehr. Auch das ist ja nur noch 5 Sekunden. Das ist ganz im Ende. Ganz im Ende. Okay, das ist ganz im Ende. Das war die 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 Ich fülle mal an, dass das Ende der Ausgabe ausgibt Die Da ist mal einer für eine wunderschöne Krüger Show Hier ist schon wieder am Fallen Die Möge Ich habe eine Flüge in der Steuze. Bouldern kann so many da ausgaben. Da. Okay, wir können uns das sehen, wenn die Zahra auswählen. 1 2 3 2 1 2 3 2 5 4 Geil Das war der größte. Aber ganz ehrlich, ich liebe Galaxi. Ich bin der Ball in der Welt. Ich bin der Ball in der Welt. Bitte lande dann mit uns. Ach so. Wo sind wir landen? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, nie wieder diese Galexen, danke fürs Zuschauen, naja, kam ich endlich mal, schaut mal im Discord, schreibt mir auch gerne andere Mots in die Kommentare und bis zum nächsten Mal, naja, kam ich endlich mal. Und lasst ein Abo da.